Okay, herzlich willkommen zurück zu Dart & Flutter. Heute selbstverständlich, nachdem wir es für letztes Mal gemacht haben, haben wir hier oben eine Navbar gebaut. Dieses Mal natürlich die Navbar unten und die kennt ihr zum Beispiel aus Instagram, aus der YouTube-App, aus den prominentesten Apps eigentlich. Denn man kann hier relativ schnell hin und her switchen, was man eigentlich sehen möchte, wenn man mehrere Sachen anbietet, die mehr oder weniger unterschiedlich sind. Das heißt zum Beispiel Instagram TV war, glaube ich, hier unten abgebildet, aber die ganz normale Instagram Startpage ist natürlich auch abgebildet und so weiter und so fort. Und ja, das kann man alles abbilden mit einer Bottom Navigation Bar, wie es so schön heißt. Das heißt, wir fügen die hier unten einfach noch hin. Und leider ist es nicht ganz so einfach, beziehungsweise ich kann euch nicht einfach sagen, hey, Bottom Navigation Bar ist alles, was ihr braucht, dann habt ihr es. Nicht ganz. Lasst uns erstmal die Bottom Navigation Bar bauen und hier haben wir einmal die Bottom App Bar. Das ist, wie wir schon wissen, eine ganz normale App Bar. Wenn ich das mal ganz kurz starte, dann sehen wir hier auch direkt, okay, wir sehen rein gar nichts, weil es hier nicht wirklich was zu sehen gibt bei einer App Bar, die nichts enthält. Aber das ist nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Im Endeffekt könnt ihr mit der App Bar unten genauso was machen, wie eben mit der App Bar oben auch. Wir machen das mal ganz kurz und zwar sagen wir, wir haben hier einmal den, ja, natürlich, das Child und das ist zum Beispiel ein Text und sagt, hello world. Ja, und wenn ich das jetzt starte, dann sehen wir hier unten, hello world ist da. Es ist auch nicht wirklich sichtbar. Man muss die auch selber konfigurieren, wie sie aussehen soll, also von der Farbe etc. Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt das, was wir hier haben wollen. Wir wollen hier eigentlich keine Bottom App Bar, sondern eine Bottom Navigation Bar. Und Achtung, nicht das Bottom Navigation Bar Item nehmen, sondern die Bottom Navigation Bar. So, und die hat jetzt einige andere Merkmale, sage ich jetzt mal, die wir hier aufbauen wollen. Und zwar, wir haben zunächst einmal hier die Möglichkeit, uns anzeigen zu lassen, ob die, die wir gerade aktiv haben, also die, die gerade selected sind, ob die da sind oder nicht. Das heißt, wir können uns aussuchen, sollen die, wo wir gerade wirklich aktiv sind, also zum Beispiel, wenn ihr auf Instagram, auf der Instagram TV Seite seid, ob da unten Instagram TV da stehen soll oder nicht, wenn es aktiv ist. Oder ihr habt die Option zu sagen, wenn ihr auf Instagram TV seid, ob ihr dann die Startseite zum Beispiel anzeigen lassen wollt oder nicht. Und wir machen jetzt hier tatsächlich mal ein Show Unselected auf False. Äh, ja, genau. Python sagt Danke. Und das Nächste, was wir machen wollen, ist natürlich, wir wollen die Items setzen. Nun, Items müssen wir uns irgendwie überlegen, was genau wollen wir dort eigentlich anzeigen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, okay, was ist denn das für eine Navigation Bar? Die ist ja nebeneinander. Und das heißt, wir haben nicht unbedingt, wie bei der anderen Navigation Bar hier, das hier an der Seite alles steht, sondern es steht hier unten alles gleichzeitig. Und das heißt, wir müssen die nebeneinander denken. Und das ist ein bisschen anderes Denken, was das Design angeht. Wir haben hier allerdings eine Liste aus Items und die wollen wir jetzt füllen. Lasst uns hier vielleicht anfangen mit einem Bottom Navigation Bar Item. Und wir brauchen hier natürlich ein Icon dafür. Das Icon setzen wir hier mal auf Konst Icon aus Icons Punkt. Was könnten wir hier nehmen? Was könnten wir hier nehmen? Habt ihr irgendeine gute Idee? Dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Wir nehmen jetzt hier einfach mal hier Account Box. Das wäre dann quasi unser Account. Und das Zweite ist das Label. Das heißt, wie wir das Ganze eigentlich darstellen wollen. Und ich schreibe das jetzt absichtlich gerade in eine Zeile. Wir nehmen jetzt hier als Label nur Account und schauen uns das Ganze einfach mal an. Ja, natürlich. Das Label an sich darf hier tatsächlich sogar als String übergeben werden. So, und was wir jetzt hier machen, ist tatsächlich eigentlich nur dieses eine Label hier ranzubinden. Aber wir sehen, wir kriegen hier leider einen Fehler. Und wir brauchen hier mehr als zwei Elemente. Ansonsten macht eine Navigationsleiste einfach keinen Sinn. Das heißt, wir brauchen hier noch irgendeine andere Idee. Was könnten wir hier nehmen? Wecker. Warum nicht ein Wecker? Das Access Alarm. Alarm. So was in die Richtung. Okay. Schauen wir uns das Ganze an, wie es aussieht. Und ja, wir haben jetzt hier offensichtlich gerade die Möglichkeit, eins von den beiden zu wählen. Okay, und ihr seht, der Account ist aktiv. Der Wecker ist nicht aktiv. Oder der Alarm besser gesagt. Okay, das ist schon mal ein kleiner Erfolg. Aber es passiert noch nichts, wenn wir draufklicken. Es passiert aber vor allem nichts, wenn wir auf das andere Item wechseln wollen. Das heißt, wir müssen hier uns irgendwas überlegen, wie wir dahin wechseln können. Und dazu gehen wir nochmal hier runter in... Wo sind wir? Nein, das ist viel zu weit unten. Genau, hierher. Und wenn wir uns jetzt mal ganz kurz hier angucken. Wir sind hier in einer Klasse, die einfach nur ein Widget zurückliefert. Das Problem ist, wir brauchen hier tatsächlich ein Stateful Widget, damit wir das Ganze hier uns merken können. Damit wir uns überhaupt merken können, wo wir eigentlich gerade sind. Also in welchem Bereich wir gerade sind. Ob wir gerade auf Alarm sind oder ob wir bei Account sind. Und das heißt, was wir hier machen müssen, ist erstmal uns eine Klasse zu schreiben. Class, ähm, Drawer, äh, das ist wieder das furchtbare Wort, das ich nicht tippen kann. DrawerExample. Ähm, und die muss natürlich... Ähm, Quatsch, ich brauche keine Klammern. Ich brauche ein Extens, ExtensStateFullWidget. Und diese Drawer-Klasse macht jetzt nichts weiter als, ähm, die eine Methode wieder mal implementieren. Das ist eine MissingOverWrite und zwar bilden wir das Ganze ab auf Bodenstrich, ähm, DrawerExample, ähm, State. Und das wiederum, das kennen wir auch, wird eine Class, jetzt kopiere ich mir das Ganze, aber DrawerExampleStateExtens. Und hier sagen wir natürlich State von DrawerExample, DrawerExample. So, und das Ganze lassen wir jetzt hier uns wiederum erstellen. Und die nimmt jetzt wiederum einen BuildKontext. So, und jetzt packen wir uns diese Funktion hier, oder besser gesagt, gleich Methode, in diese neue Klasse rein. Ups, das war die falsche Richtung. So, und schon haben wir diese Methode jetzt in einer Klasse drin. Okay, BuildDrawerExample ist jetzt also hier eine Klasse. Und jetzt machen wir einfach folgendes, wir nehmen hier den BuildKontext und ergänzen einfach das hier. Und damit haben wir die neue Methode in dieser Klasse eigentlich drin. So, das ist jetzt unsere BuildMethode. Okay, großartig. Aber wie genau bringt uns das jetzt irgendwas? Nun, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, mit einem Zustand zu arbeiten. Das bedeutet, wir können uns merken, wo wir eigentlich gerade sind. Also, ob wir gerade auf Account drauf sind oder ob wir auf Alarm drauf sind. Und das wiederum ist sehr, sehr wichtig. Denn jetzt können wir hier sagen, wir wollen einen Current Index. Wir wollen dem Ding sagen, wo wir uns gerade befinden. Und naja, beim Starten ist klar, wir sind eigentlich woanders. Entschuldigt bitte. Wir sind gerade zum Beispiel bei Bodenstrich Current Index. Wobei wir Current Index einfach am Anfang auf 0 setzen. Und das soll bitte keine... Okay, ich mach das selber. Das ist hier oben ganz normal drin. Und zwar ein Final... Achtung! Restorable... Restorable Integer. Was genau ist ein Restorable Integer? Nun, ein Restorable Integer ist ein Integer, der wiederhergestellt werden kann. Und das werde ich euch gleich zeigen, warum wir das brauchen. Und wir nennen ihn natürlich Current Index ist gleich Restorable Int aus 0. Am Anfang sind wir halt ganz am Anfang, also bei 0. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, dem Ding zu sagen, wo wir uns eigentlich gerade befinden. Das bedeutet, wir können hier tatsächlich hergehen und uns merken, wo wir eigentlich gerade sind und eine sogenannte Restoration-ID vergeben, indem wir hier das Ding noch ein wenig weiter ergänzen mit einer Restoration-Mix-In. Ein Restoration-Mix-In lässt eben zu, dass ihr euch den Zustand hier reinpackt. Ähm... Ein Restoration-Bucket. Genau. So, ein Restoration-ID, beziehungsweise auch die Restoration- oder Restore-State lässt zu, dass ihr ein Widget wieder davor zurückzustellt. Also, dass ihr quasi hier drüben hin und her wechselt zwischen Account und Alarm und euch merkt, wo ihr eigentlich davor wart. Und das ist ziemlich praktisch. Ähm... Klar, natürlich, ich muss das nicht mit der Bottom-Navigation verbinden, aber es macht hier durchaus Sinn, das zu machen. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier erstmal her und setzen die Restoration-ID auf, ähm... Auf Widget-Dot, so, und jetzt haben wir hier nichts, hm, was machen wir? Restoration-ID. Das wird eine neue Variable. Ähm... Und natürlich schmeißen wir das To-Do hier raus, haben wir ja gerade gemacht. So. Okay, das heißt, wir müssen jetzt auf das Widget zugreifen. Das Widget ist hier oben. Was ist hier falsch? Create Method Build Draw Example. Ähm... Achso, ja, natürlich. Ich will hier einfach nur ein ganz normales Draw Example haben. So weit hoch wollte ich eigentlich auch gar nicht. Ich wollte hier in das State for Widget, wo ich jetzt tatsächlich diese, ähm, Variablen einfügen kann, wenn ich das möchte. Und zwar kann ich hier einfach sagen, ich möchte ein Const Draw Example, also mein, ähm, mein Konstruktor haben. Und der wiederum soll mir folgende Variablen setzen. Wir haben einmal ein Final String Restoration-ID. Und wir haben einmal eine Final... Wobei, nein, eigentlich brauchen wir das nicht. Und das Draw Example hier sagt mir jetzt, okay, das Ding kann jetzt gesetzt werden. This.Restoration-ID. So, wir können aber hier noch durchaus mehr setzen. Und zwar, indem wir hier einfach... Ach, komm schon. Warum musst du mir immer die Klammern zumachen, wenn ich sie noch nicht zuhaben möchte? So, wir haben hier einmal die Möglichkeit, auch einen Key zu setzen. Key, Key. Wir haben die Möglichkeit, this.Restoration-ID zu setzen. Und wir geben hier den Key einfach direkt weiter an unsere Oberklasse, also an unsere Superklasse. Also an das StatefulWidget. Wir können dem Ding hier einen Schlüssel zuweisen und sagen hier Key, Doppelpunkt Key. Damit hat unsere StatefulWidget eine eindeutige Identifizierung von diesem Drawer-Example hier. Okay. So, warum brauchen wir das jetzt alles? Das wirkt ein bisschen arg komisch. Nun, jetzt können wir hier unten wiederum über den Current Index... Achtung, wir müssen hier den Value auslesen natürlich. Den Current Index setzen. Okay. Was bringt uns das genau? Und nun schauen wir uns das Ganze doch mal an. Achso, ja gut. Wir haben noch ein paar Fehler. Und zwar, is registered is not true. Das gucken... Oh, ja. Das ist in den Properties. So, und jetzt haben wir hier einen Index, der Restorable ist und gleichzeitig noch, ja, im Endeffekt Einfluss drauf haben kann. Das heißt, er merkt sich sozusagen die Sachen. Der merkt sich, wo wir gerade sind, beziehungsweise wo wir sind. Also er ist quasi im State drin. Ja, das haben wir ja hier extra damit gemacht. Okay. Was wir jetzt also machen können, ist hier unten, das ist die letzte Methode, die wir hier noch überschreiben müssen, damit wir diesen State wieder restoren können. Ich zeige euch gleich, wozu wir das brauchen. Und zwar brauchen wir hier einen Register for Restoration über, natürlich, welche Variable wollen wir denn restoren? Naja, den Current Index natürlich. Und die Restoration ID, was ist das? Naja, was genau wollt ihr restoren? Das ist jetzt hier ein bisschen doof geregelt. Das wird sich vermutlich noch ändern, denke ich mal, wenn wir in Flutter noch in höhere Versionen gehen. Aktuell muss man Navigation Tab Index restoren. Das ist ja genau das, was wir wiederherstellen wollen. Also die unsere, ja, apropos Rechtschreibung, Bottom, mit M, Navigation, also die Bottom Navigation wollen wir wiederherstellen und zwar den Tab Index. Und dazu ist unser Current Index gut. Das heißt, der merkt sich sozusagen, also wir binden hier sozusagen den Current Index auf die Bottom Navigation Tab Index. Okay. So. Und wenn wir das jetzt hier starten, achtet darauf, wenn es bei euch einen Fehler gibt, dann kann es passieren, dass ihr hier tatsächlich das Ganze neu starten müsst. Also nicht einfach nur hot restarten, sondern wirklich beenden und wieder neu starten. Das kommt gelegentlich vor. Dann können wir hier das Ganze benutzen, ohne dass wir einen Fehler kriegen. Aber leider tut sich hier immer noch überhaupt nichts. Woran liegt das? Naja, unsere Bottom Navigation hat ja noch überhaupt keine Funktionalität. Wenn ich irgendwo draufklicke, passiert exakt gar nichts, weil ich hier kein On-Tab oder sowas in meiner Bottom Navigation implementiert habe. Und deswegen sage ich jetzt hier natürlich einfach, okay, wir wollen ein On-Tab hier drin haben. On-Tab. Übrigens auch hier gilt wieder, wenn ihr hier Steuerung Leertaste drückt, dann findet ihr noch, was ihr alles machen könnt. Also ihr findet zum Beispiel die Elevation. Das heißt, wie abgehoben ist es. Ihr findet die Background-Color, Fixed-Color, Icon-Size und so weiter und so fort. Unselected-Font-Size, also für die Items, die nicht aktiv sind. Selected-Font-Size für die Dinger, die aktiv sind und so weiter und so fort. Da bitte ich euch einfach mal kurz nachzugucken, wie das eigentlich funktioniert. So, On-Tab ist jetzt hier ein bisschen speziell, denn ihr bekommt einen Index mitgeliefert. Einen Index, den ihr wieder verarbeiten könnt. Und zwar in einer Funktion. Dieser Index ist im Endeffekt, wo wird draufgedrückt? Also auf welchen Tab wird draufgedrückt? Und was wir hier machen wollen, ist natürlich den Zustand zu setzen, dass jetzt unser Current Index Punkt Value gleich dem Index entspricht. Also dem Index, den wir hier gedrückt haben. Das heißt, wenn wir auf die linkeste Variante hier klicken, auf das Ding, auf Account, dann wollen wir natürlich, dass der Current Index auf Account gesetzt wird. Und ja, damit haben wir jetzt hier eine kleine Funktionalität zumindest erreicht. Das heißt, wenn wir das jetzt hier hot reloaden, dann sehen wir hier, ich kann auf die anderen Icons draufklicken und es merkt sich sogar, was hier passiert ist. Das ist meine Bottom Navigation. So, jetzt haben wir natürlich hier immer noch das große Problem. Und zwar, wie zur Hölle kriegen wir denn eigentlich wirklich jetzt hier einen Wechsel rein zwischen Account und Alarm? Und das machen wir im nächsten Video. Das heißt, wir wollen hier uns angucken, wie man die hin und her bekommt. Okay, das war es von meiner Seite. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.